Wusstest du, dass Karl-Heinz Rummenigge der spätere Vorstandsvorsitzende von Bayern München und Vorstandsmitglied der UEFA ein Bruder hat? Während Karl-Heinz als Stürmer für Vereine wie Bayern München und Inter Mailand spielte, war sein jüngerer Bruder Michael Rummenigge ebenfalls Stürmer bei Vereinen wie Bayern München und Borussia Dortmund. Welche anderen Fußballer waren ebenfalls Brüder? Schreib es in die Kommentare und abonniere für mehr.